Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Luba-Video im Jahr 2024. Es hat sich über den Winter eine Menge getan. Ich habe ja letztes Jahr eine große Videoserie gestartet über meinen Start-up, über meine Investition in den MAMOTION Luba und habe euch da ja doch viele, viele Sachen aufgezeigt. Ich habe meine Erfahrungen berichtet, ich habe eine Facebook-Gruppe gegründet, wo sich die Leute austauschen können und der Luba war im Jahr 2023 wirklich ein sehr, sehr großer Erfolg, ein Überraschungserfolg, mit dem man so gar nicht gerechnet hätte. Und MAMOTION hat aber nicht geschlafen und zwar haben die viele Verbesserungsvorschläge von Herstellern oder von den Usern mit aufgegriffen und natürlich auch von Konkurrenzprodukten, Mitbewerbern, die jetzt auch letztes Jahr mit auf den Markt kamen und hat den Luba in der Grundform beibehalten, aber nochmal deutlich verbessert. Und 2024 kommt jetzt halt der neue Luba 2.0 auf den Markt und ein weiterer mehr, der kommt auch mit auf den Markt, der fängt jetzt gerade in der Beta-Phase an, den stelle ich euch auch noch am Ende des Videos kurz vor. und ja, ich zeige euch jetzt mal kurz den 2.0, was da auf uns zukommt. Also bis dahin, viel Spaß! Ich glaube, der Luba hat letztes Jahr wirklich den Markt aufgerollt von hinten. Also die etablierten Hersteller mussten wirklich schauen, wie ein Start-up wirklich zum Erfolg wurde und mit Mimotion kam der Luba, der erste Rasenmäher mit Eilrad, zum vergleichbar günstigen Preis und der hatte schon sehr, sehr viele Features. Aber es gab natürlich auch viele Sachen, die verbessert werden können oder konnten und das hat Mimotion dieses Jahr getan und hat auf die Community gehört oder halt auch auf Schwächen, auf die man dann gekommen ist oder, ja, die man erfahren hat, reagiert und hat dann noch eine Kamera dem Luba, ja, verpasst. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Also man hat jetzt dem Luba 3D Vision verpasst, um dann die Abdeckung unter Bäumen, also die Netzabdeckung, wo man natürlich bei jedem GPS-Signal Schwächen hat, diese 3D-Kamera verpasst und so kann der Luba dementsprechend auch unter Bäumen oder da, wo das GPS-Signal nicht hinkommt, ja, besser mähen. Man hat ja schon kurz nach der Veröffentlichung des Lubas die Vorderräder schon mal überarbeitet, weil man gemerkt hat, dass der Rasenabrieb dann doch etwas zu hoch ist und viele Features, die der Luba hat oder die den Luba ausmachen, sind aber geblieben. Man hat eine breite Schnittfläche, also eine große Schnittbreite. Die GPS-Antenne wurde überarbeitet, soll jetzt auch höhere Reichweite haben und bietet zudem ein Solarmodul und auch Mobilfunkempfang ist jetzt möglich. Also gerade wer große Flächen hat und keine Möglichkeit des WLANs, hat hier mit einer Mobilfunkkarte dann auch die Möglichkeit, außerhalb von unterwegs seinen Luba zu, ja, anzuschauen, zu steuern und überwachen. Hier wird jetzt mal in dem Werbevideo gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Also die Kamera erkennt vorzeitig, wo jetzt auch Hindernisse. Also wir haben nicht nur die Ultraschallsensoren, sondern halt auch die Kamera, ja, wie gesagt. Des Weiteren wurde auch ein Feature hinzugefügt, dass man seinen Rasen mit, ja, mit Kunst versehen kann. Und zwar habt ihr jetzt die Möglichkeit, auch Kunst in den Rasen reinzumähen, ob Schriftzügeherz sind oder den MyMotion Schriftzug. Auch das soll alles möglich sein. Für alle, die den MyMotion 1 haben, also das erste Produkt, da kann ich, glaube ich, beruhigen, dass da noch einige Updates kommen werden, weil die Technik ist bei den beiden Geräten so eigentlich relativ nah beieinander. Nur, dass man halt beim 2.0 jetzt noch diese Kamera hat. Aber einige Features und Verbesserungen werden sicherlich auch bei dem ersten mit, ja, zur Geltung kommen. Und die App ist sowieso die gleiche. Also auch da wird die Software, denke ich mal, auch eine große Rolle spielen. Und ein zweiter mehr wurde vorgestellt. Und zwar der MyMotion Yuka. Der Yuka, der war vorher auch schon mal bekannt, war aber eigentlich ein mehr, dachte ich immer, für große Bereiche. Und den hat man jetzt auch so ein bisschen dem Luber angepasst und auch mit dieser Kamera vom Luber 2.0 ausgestattet. Die Besonderheit vom Yuka ist, dass der Yuka auch Laub auffegen kann. Also er sammelt das Laub und das System kann sich auch selbst entleeren. Das ist wirklich eine Neuerung. Also für alle, die einen großen Garten haben, mit vielen Laubbäumen, gerade so im Herbst, ist das eine tolle Sache, dass man da dementsprechend auch nicht mehr Rasenhaken muss, sondern das Laub aufgesammelt wird vom Yuka und er leert sich auch selber aus. Also mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Der Yuka geht jetzt gerade in die Beta. Ob ich an der Beta teilnehmen werde, kann ich nicht sagen, weil das ist ein Auswahlverfahren, das wird halt so einfach von MyMotion verlost. Da weiß ich also noch nicht, ob ich dabei sein werde, aber ich werde auf jeden Fall darüber berichten und mir auch dementsprechend einen besorgen, dass ich euch das Ganze natürlich auch auf meinem Kanal zeigen kann. Also auch das eine weitere Neuheit von MyMotion. Und ihr seht, da gibt es wirklich viele, viele Sachen, die dann dieses Jahr auf uns zukommen. Für alle, die sich dafür interessieren, ihr könnt unserer Luba-Gruppe beitreten auf Facebook. Auch die verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ihr habt die Möglichkeit, den Luba vorzeitig schon über meinen Link zu bestellen, wenn ihr mich dabei unterstützen wollt. Und ja, freut euch auf den Frühling. Also spätestens ab März wird Rasen gemäht und die ersten Lubas werden dann halt wieder auf dem Rasen sein und ich werde darüber berichten, wie gut das Ganze funktioniert und halt auch weitere Tipps geben, auch zur ersten Generation. Also auch da werde ich halt weiter darüber berichten, weil meine werden weiterhin laufen. Schreibt es auch gern in die Kommentare, ob ihr Erfahrung mit dem Luba 1 gemacht habt oder ob ihr euch einen kaufen wollt oder was ihr für mehr benutzt, die dann vielleicht auch ähnliche Systeme wie kabellos und 3D-Wischen haben. Also bis dahin, hier bei SteelPenta. Ciao! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020